Ok, gut, von mir ist weh. Zumindest... Nein! Ich wollte 250 kaufen. Guck mal, wie du die Waffe jetzt voll liebst. Das ist immer geil, ja. Gehst du halt. So, servus bekommen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Noob's Play Counter-Strike Global Offensive. Erstmal Anmoderation gemacht und voll gegen eine Wand gelatscht. Das stimmt, ey. Ich geh nicht voraus, doch ich geh rein. Ja, da kann ich spielen. Ja, da kann ich spielen. Einer, ich spiel ganz unten. Du meinst. Alter, danke fürs Carrying. Ich hab mich fürs Team geopfert, Leute. Ich hab Tunnel. Ich hab geschossen, weil ich's kann. Alter, du bist krass, ey. Einer kommt oben durch. Einer kommt oben durch. 2 kommt oben durch. Lebe ich noch? Ja. Meins. Alter. Ne, Nummer 2 ist das schon. Alter. Da, da, da. Da, da, da. Ach, Alter. Du hast einfach rechts nehmig gezogen. Dem Frieden eine Chance geben. Habe ich bekommen. Junge, das war grad das Augenkrebs. Und ich krieg direkt nochmal die Bombe. Fuck. Nein, ich hab wohl, nein. Ich hab USPS gekauft. Hä? Wie kannst du scheiße gekauft haben? Hast du keine Ahnung? Ich hab heute kurz nen epileptischen Anfall bekommen, dann halt. Du kannst keine Ahnung. Ne USPS hast du hier. Leute, wollen gehen wir? Geh mal. Ich würde sagen nochmal B. Hat eigentlich gut funktioniert. 45x Track. 50x Abs einen Anfall. Äh UMP. Das war zum Halmland. Ich wollte dann... Ja komm! Sebastian, renn immer durch. Ja natürlich! Der am Waffen sie nicht. Alter Junge, danke fürs Carrying. So pläst mal die Scheiße, ich will die Killz. Den isst du nicht. Okay vergrab mich, bitte. Wir haben die gerade nicht kühlt. Wir haben... Ich hab geschossen. Ey, was soll ich scheiße? Ey! Ey, du bist so ein Wichser, ne? Alter, Sebastian, hast du deinem Bruder keine Manieren einzukassen? Ich wollte gerade sagen, was hältst du davon? Alla ist ein Lobe! Minus 44, Alter! Macht ihr denn noch, alle? Da, was mach ich? Du willst auch mitfragen. Wieso bin ich eigentlich gerettet? Wieso muss ich eigentlich meinem Bruder Manieren beibringen? Oh noll, da steht der Haufen Spot! Alter, das war die blödeste Runde an der Zeit. Ich hab' nicht kapiert, dass er auf mich schießt. Drehe mich um und seht auf einmal einen 10 Meter vor mir stehen. What the fuck? Und der hat schon zwei Magazine auf mich geschossen. Also nicht, ja. Wenn ich nicht gleich wieder abgeschossen werde von hinten. Achso, mir ging gerade A. Ich flash gemacht. Ich flash gemacht. Oder auch nicht. Nice. Ich hab noch mal flash. Ey Mann! Ich flash! Was? Ich flash, ich flash, ich flash, ich flash. Ey, was? Was? David! Das läuft gerade bei euch falsch? Könnt ihr bitte rausgehen? Könnt ihr bitte rausgehen? Ja, David. Alla ist ein Lobe! Ja, dann. David, lass ihn mal drücken. Der sollte drücken. Aber wie? Der Leck, lieber. Ich verstehe das manchmal wirklich nicht. Das sind zwei, das sind zwei. Ja. Ja, das sind alle long. Alle long. Da kommt frisch einer von der Mitte durch. Ah, super. Sebastian, die sind alle bei Bombe. Das schafft es eigentlich nicht jetzt. Die sind alle bei Bombe. Das ist Ace. Das kann ich nicht machen. Der Trombe liegt lang. Ich kann doch nur versagen. Wo? Voll nicht gerafft. Ja. Ey, wir verlieren. Entschuldigung. Entschuldigung. Wo war der? Äh, lass mal B drauf rennen. Ja, Echo. B drauf rennen. Oh nein. Echo wirklich? Mit 7,5k? WTF? Mit 7,5k? Na gut, von mir aus. Das ist ja gut. Das ist ja gut. So gut. Ja, B drauf rennen. 2B. 2B. Gleich nicht mehr. Vielleicht sind wir nur noch Cops-Systeme. Ja. Von uns. Von uns. Von uns. Von der hast du Latt. 26 in 1. Und durch die 2. Ja, die kommen doch. Geduldig sein. Geduldig sein. Achtung, Slash. Achtung, Slash. Oh wow, ich bin durch die Türe gelaufen und slasht. Meins. Joll. Der Heck. Vielleicht hinten. Warst du Thomas? Nein. 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 Aber ich kann ab und zu mal kurz schauen. Aber dann habe ich je Time in Pech. 3 Uhr auch noch. Für die. 110. Tunnel nix. Tunnel nix. Ja, ich gehe jetzt durch. Ja, ich verpiss mich auch mal. Ich bräuchte den Kildern. Wenn wie er noch defusion will. Und denkt, dass es das was funktioniert ist. Der eine von denen ist Schrank 2. Der letzte von denen? Ja. Okay, nice. Auch das ist dann immer ein scheiß Swerf, sondern ein Kacknub. Und der erste von denen ist Schrank 5. Nice. Mach mal wieder B oder? Aber wir rennen B. Also A haben wir ja so klicklich versagt. Eigentlich würde ich sagen B. Äh, geht B, geht B, geht B. Einer B, die sind richtig spät drauf. Nur einer ist B. Wenn der nicht mit der ist. Ich glaube, die pusht A durch. Der ist hinten rechts im Eck. Äh, gleich nicht mehr. Kommt durch. Ah, Hilfe. Bevor die rotieren. Ah, noch Platz. Nein, das wollte ich auch nicht mehr los. Oh Lord. Wow. Der hat nen H. Der hat nen H. Hab ich auch noch nie gehört. Der hat nen H. Ey. Da steht einer. Hat ich den? Das ist einer von uns. Oben. Tunnel. Tunnel, ja. Tunnel. Ah, das war krass. Ah, der kommt. Alter, Mann. Ich kann dich grad nicht aufschützen mit der Maus. Ah, Junge. Alter. Mein Lieblingsstand war, wo die Leiche so... Ja, da wusste das. Ja, da wusste das. Die rasten jetzt schon aus, die DKA. Full Idiot. Ja, ist doch gut so. Besser als die. Oh. Ich hab 10.000. Soll ich nen Autosnaber kaufen? Nein. Ich bin nicht so freaky, ey. Achso. Natürlich nicht so optimal. Ah, jetzt geht's. Und der Mann? Ich würd sagen, ja. Oh, ich würd sagen, ja. Ich würd sagen, ja. Gut, da mach ich ein bisschen Stress auf. B. Lass mich freuen, so. Ich hab sogar frei, Leute. Ahaha, eine Mitte. So, ja. Oh, ich hab Glück gehabt, dass ich da grad weggeschaut hab. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal Tobi, wie man den killst. Ach, scheiße. Und plötzlich ist nicht so schlecht. K. ropyộWellen. Abi, bei. Mal ist. Weg da. motornik peur. Jetzt werden wir sause weg. Ja. Wahrscheinlich CT, wird jetzt wahrscheinlich gleich ne Orb stehen. Oder Onspot. Ich hab bald flasch. Deffen, der Boden ist nicht böse. Und spot Down. CT oleig. Aber ist dadurch auchWhoa. Weil ich hagrundTolt MPH... Der Boden ist trotzdem nicht böse. Super Michigan- Der Boden ist echt krass böse. Er ist unten CT. okay ich habe schon mal besser geworfen einer t ct meine ich das richtig gesehen habe 2 ct er sich denkt er kann damit ich war ein bisschen gehabt am rande des tages da darf man es auch mal haben im rande des tages als ob das jetzt heute schon vorbei war tobi was ob das so schnell vorbei war heute haben jetzt drei keiner baby keiner b ja der kommt viel zu spät immer noch keiner b die machen irgendwas ich weiß noch nicht was ok die bombe ist schon geplänt dann kommt der tannik kommt lauer carter ist der hochgelaufen hinter uns ist es haben die eine eko karte und haben aros Ich hab den Hett hinter mir gehört. Ich auch. Oben einer. Noch einer, ne? Weg da, meiner. Auf der Weg. Oh ja genau. Junge. Nicht M.D. What? Oh, weil er geplantet hat. Ich mach zwei Kills. Ich mach zwei Kills und guck mal nix. Ey, lass mal den dritten Arf in der Mitte picken. Ihr habt halt echt drei Arfes. Ja, ich hab halt vorher noch mal einen Arf genommen. Ja, ich hab halt vorher noch mal einen Arf genommen. Wir haben wohl einen Solt an die Boppe. Ich hab noch mal B. Wie viel sind B? Oh nein. Leute, wie viel sind B? Was ist hier grad los? Warte mal. Flash, Flash, Flash. Leute. Ich glaub ich brauch B. Bombelig gibt's B. Auf der Cutters. Einer Lower Cutters. Der andere war Tunnels. Oder der andere war Tunnels. Lower. Ja. Wir sind nicht auf B. Junge, was hat das? Hab's gesehen, ey. Nö, sollte ich dir mal lieber zu gucken. Äh, ja, ich hab mir einfach mal die Bombe geschneckt. Ja. Hab's gesehen. Nice. Junge, was ist das für eine Runde, ey. Wie er da in der Ecke stand. Oh Mann. Ich hab überlegt, ihn zu zweifeln kann. Vielleicht witziger. Ja. Wo, Babi? Ich hab eigentlich geklickt rum. Das ist der, der macht ein James Bond, der Romaine. Romaine 65. Romaine, Alter. Aldi. Flashback. Aldi Knadde, du. Ich glaub hier war ein A. Ja Moin. Der Autosniper. Ich bin auseinander. Jetzt. Guck, jetzt. Das ist ne Profi Flash. Komm, komm. Voll im Flash. Äh, Smartman. Vielen Dank für den Schaden. Aldi, da war die Professionell. Autosniper. Ähm, Minus 7 und 8. Ich hab ihn gehofft. Wieso wusste der das? Ich hab ihn gehofft, dass kommt. Den, 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 den. Wie beide rumsen. Hä, ich hab ihn gehofft. Hä, ich hab ihn gehofft. Ja, ich hab ihn gehofft. Ja, ich hab ihn gehofft. Leute. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Autosniper. Alter. Gleich ist ja niemand mehr, ich zeig's euch. Oh, ich hasse es, wenn über dem Feuer, oh ja, ganz ehrlich. Achtung, Achtung, Flash, Flash, Flash. Du, stamm, wir fortzieren oder so? Oh, einer hat einen Hit, der sind zwar noch weh. Ja, geht da. Gehen wir den weiteren Weg, meine Fresse. So, schießt er weit, ups. Einer hat, die Auto-Streiber hat einen Scout-Hit. 30 HP, 29. Ah, äh, B und so. Kommen wir mal zu. Jo. Alter. Ich hab's leider nicht gerecht, hätte ich gesehen, aber es hat Klick gemacht. Lass überlang gehen. Der auf B hat 30 HP. Ah, ok. Da war ein. Ich steu mich mal Richtung B. Das auch, wenn wir schon nicht A sind. Das ist so geil, wie sie das. Das ist so Enten. Okay, mach. Wo? Ich hab ihn. Nice. Worüber lacht denn ihr so? Hahahaha. Letzter Unbekannt. Okay, der. Oh. Oh, oh, oh. Genau der. Ahem. Bin jemand? Danke fürs Carry nehmen. Bin jemand, das Auto-Sniper? Nein? Okay. Die Auto-Sniper genommen. Ja, natürlich. Erstmal demütigen. Warum redet er nicht? Keine Ahnung. Okay, wir stellen mal fest. Ich weiß seit einer graumer Zeit gemutet und ich rede die ganze Zeit mit euch. Und wunderst mich, dass wir hier nicht antworten. Genau. Du wundern mich, dass ich die ganze Zeit ignoriert werde. Hast du dich schon so gefragt, so hassen die mich jetzt? Nein, irgendwie so. Soll ich jetzt die Aufnahme noch verwenden? F-50. Voll geil, Junge. Wo ist noch Nächste? Ich weiß nicht, wo der Nächste ist. Das ist schon mal eine. Sollen wir es auf B gehen oder sollen wir auf A verschieben? So, da ist einer. LOL. Alter, die hab ich voll gefressen. Da ist auch noch einer. Junge, wie er sieht. Leute! Da ist einer. Scheiße. Da ist einer, ja. Fuck out. Nice. Der letzte Raff. Cutter's. Scheiße. Wahrscheinlich halt der Nächste. Jawohl. Wenn du jetzt verwechst, ich reporte dich. Wirf einen Nade, der rafft nix. Hat trotzdem eine Stroh. Ja, der rafft eh nix, komm. Die war richtig gut. Die war mega gut. Die war sogar okay. Nein, die ist rausgeflogen. Jawohl. Warte, wo kann man reporten? 69 in 3, danke. Was für ein Report? Danke. Ich hab gesagt, wenn er jetzt... Hey, der war so genug. Wird mir jemand irgendwas legen? Wann er? Was willst du da haben? Wo stehst du? Eine Scout. Wirf die einfach da hin, ich hol die mir. Ich hab aus Versehen jemandem den Dings gegeben. Ich hab schon eine AK jetzt schloppt. Ah, okay, perfekt. Eine AK so, okay. Ja, jetzt. Hallo, wobei wir jetzt lange rennen? Lang. Ah. Ich hab raus. Ich guck dir schon. Guckt einer bitte? Äh, bin short und bin noch nicht tot. Von dem her glaub ich nicht. Ja, genau! Keiner long, keiner long. Haben sie angemacht, oder was? Einer ist short, mit einer Schrotflinte. Gut. Dann, ich guck mal CT rein. Wobei der könnte man in der Karte haben. Warte ich's noch, bitte. CT ist keiner. Achtung, die kommen überall nicht. Sebastian Plente. Achso, ich hab die Bombe. Ähm. Ich hab grad ein bisschen neben der Spur. Ich guck's. Alter. Alter. Da rein. Das war jetzt gerade richtig nubig mit der Bombe. Einer Short! Rechts, rechts, Steffen, rechts, rechts. Junge, der Paul hat 65 geblieben. Schafft er nicht, oder? Doch, schafft er. Nein, er hat keine Fuser. Don't be a Suiser, my defuser. Vielleicht haben wir drei Granaten. Alder, Negev? Andi soll ich jetzt mit der SG spielen? Ne. SG ist einfach auszuspielen. Ich hab früher nur SG gezockert. SSG, meinst du? Ich mein halt, die Scout halt. Und gehen wir? Gehen wir dort. Achso, die Scout, das ist die SSG. Ja. Egal. Ja, der hat einen Hit. Push die Tanks. Ja, einer auf der Tanks. Danke. Junge. Sorry. Wie. Wie auch immer ich da grad angeschossen habe. Was? Wie kommt der denn hin? Short, äh, close Johannes. Äh, nicht Johannes. Johannes. Komm hin. Ich weiß. Oh, wow. Da ist irgendwo eine Arme. Geil. Der Typ, der hat wirklich nur shotgun. Ich weiß. Rot. Der und der andere. Äh, von der anderen Seite. Der ist ultralow. Ich weiß. Äh, von der anderen Seite. Äh, von der anderen Seite. Ja, ich seh's. Ich will und. Der ist win. Jetzt auch schnell. Lass uns wieder weh draufrennen. Irgendwie. Ja. Gott scheiße. Bin dafür. Ich hab ein Echo. Wir haben alle Echo. Ich auch. Äh, ich hab grad außerdem bisschen reingeforst, aber egal. Ja. Du war halt auf. Als ob. Könnt ich mir auch mal. Kann man die, mit dem Junge da treffen? Alter, ich will auch durch. Nee, was weg. Junge, Junge. Einfach draufrennen. Flaschen. Ja, Mann. Oh, la, la. Ich hab gedacht, man muss links und rechts. Ist. Durch. Oh, wow. Ich war weg, dieser. So plant. Oh, gemächt. Oh, ich clamp jetzt mal. Wow, what's up. Boah, mir ist ein Projekt. Ich hab ein 60. Auf meiner Seite müsste einer, also auf der anderen Seite von mir, müsste einer sein. Vom Geräuschen her. Ich hab Mitte. Lower Carthus ist einer mit, keine Ahnung. Minus 3 HP. Ich hab ihm noch 20. Der hat noch 10 HP. Der kommt jetzt, der kommt jetzt anders. Was? Da rechts in der Ecke. Ah, ist doch Ebola. Ist doch Ebola, hab ich auch noch nie gehört. Boah. Boah. Hab ich auch das erste Mal gelassen. Ja, komm. Ja, komm. Ja, schaffen sie schon wieder nicht mehr. Push ihn um, Sebastian. Ja, gut. Ja, gut. Ich hab genug gedealt. Alter. Mano. Was willst du dafür? Haben wir eine Awe? Haben wir eine Awe? Haben wir eine Awe? Kann der eine kaufen? Nee, ich hab eine. Nee, ich hab eine. Nee, nur. Ich pick mit dem. Junge wieder. Oder versuchen mit dem. Oder B. Das hat am besten funktioniert. Einer B. Zwei B. Drei B. Und was sollt'n wir noch tun? Was sollt'n wir jetzt tun? Wahrscheinlich muss einer Nice Auto Altsopp man Genau Du Sonne Geil Ja jetzt wird er mit uns pre-made Alter schon wieder Ich hasse dich Ja genau eigentlich hätte ich mich bedanken müssen für diesen leute wir müssen irgendwann auch mal auf den bombenspot langsam entscheidet euch okay das war nicht das wird da war doch ein alter ich hab ihn nicht gesehen das hat man gesehen ich bin doch echt getratet holy shit holy shit mein Volker warum hat damit einen Punkt mehr als ich ich geh lang weil ich genau oder will zu lang sein weil geplantet hab ich geh lang ich mach lang okay dann geh ich B äh ich hab lang geht das mit euch aus wie alt ihr B ja mir ist egal ich kann auch B machen ich zocke jetzt wieder P2000 ich hab dir übelst bock zu kommen Alter nicht bocken bitte rein warum sind jetzt drei leute B hä hä ich hab gesagt ich gebe B ich auch äh wir hat einer ist er lang nur einer ne die machen bei P spawn oh wow ja einer ist afk auf bei denen jetzt seh ich aber den kann ich nicht so haben ach so einer einmal haben die sich selber abgeschossen da haben die so einen blöden scouty rausgeschickt aber ich hab echt nur einen gesehen okay Bombe wird geblendet hat sich erledigt da noch einer hat noch immer bock dann hab ich zuerst gesehen er hat 40 hp 37 lang letzte Alter Alter ich hab mein Herz ne weißt du David sieht ihn so Alter voll die Pläte jungen normalerweise geraten alle in Panik und böllern einfach drauf los weißt du damit sind ganz ziel mit der Volvo holen äh die haben vorher als ich von der Däffnitz darf ich sagen ich bin egal ob ich lang oder schrotten ach mann ich hasse immer diesen Bugs im Boden feststecken hoffentlich war schon die B ey der P19 kann auch mit äh B save ach mann lol alter Junge ja cool die waren alle low von Tobi aber lol weißt du David drückt 2 9 sonst stinkt mir mal den USPS Schatten und fliegen halt alle ohne ja 80 57 115 und 82 David hat sich die Kipp oh mann ey mann hab sie mir verdient ich hab verkackt ich hab verkackt ich hab verkackt ich hab verkackt ich war nicht bei der Action dabei lol wo wird A ach lang ach mann ich hab denn 2 in 2 Treffern gemacht wie krass 2 in 2 fuck eiii oh da ist aber schlau alter die sind alter ich bin zu weit ob wir machen das ok soweit mein Entschärfungs geht rum auch lass mich wenigstens ein paar angefackelt haben lass mal ganz kurz nachlagen hier ich hab ein HP du musst jetzt Kicks verteilen wie frische Brötchen ja ich hab eine einer ist die Team ach ja auf die Range weißt du mit einem HP oh scheiße das hab ich verkackt war doch einen gekillt oder nein ok hab nix gesagt jetzt hat Revolver gespielt ne die ne nö wie viel soll er umfangen P250 5 aber die werden euch schon wirklich nicht umfallen die gehen ja eh ah die werden safe long gehen ah langweilig boah ist das wie schlange schlange ah ja lang wow oh oh mein Gott der eine minus 60 der andere weiß ich glaub nicht auch um auch minus 40 was ich geb ich geb höh höh ja 5 wie gesagt welches Deagle safen jetzt machen wir Cinematik ja wie das aim script an ist ja 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 als ein gegner einer fliegt noch rum jeden cheese richtig e fåier um вал check confirmed Oh scheiß ich hab kein Geld wie Trance Hä das war doch ein Trick von D und von D In der Instagram heißt es ja mach ich nicht Nein haben sie mich nicht Hatte ich auch gesagt Trance This is it Jetzt vier Leute Bam 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 Okay die kommen A lang Soviel Flashes wieder fliegen Richtig öde was die machen Das ist voll langweilig Voll die ausmüssen Die wissen halt was bei denen auf B passiert Also nicht wegen Tobi sondern wir 99 in 6 Pst Wow Als ob ich mich einreißen Nice work Was willst du? Ich möchte bitte deinen Cock im Arsch Ich möchte bitte deinen Cock im Arsch Ja 99 in 6 Den hab ich gekillt Ja aber das ist Das ist so das bitterste was du haben kannst Warte mal 599 Achso ne 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 ich sag nichts Ja einfach alle A lang rushen Auf jeden Fall rushen oder? Ja A lang alle alle A lang Ey ich mein halt pushen Wenn jetzt B gehen Auf den Flash 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 Ob wieder ne Orb steht Vielleicht aber nicht mehr Auf flieb dich doch Also Noch ne Arbe Wieso hab ich denn die Schrotflinte aufgenommen? Nein Automatisch Drachen aufheben wahrscheinlich Nein ich wollte die Orb Und ich hab die Schrotflinte wieder aufgenommen Alter du Hut David Wurscht er? Jupp Ach Fabi hier gibts mich Ach! Geil ey! Da wollte ich schon einen Mund haben Na das ist ein bisschen Deinen Teebeutel ne? Oh fuck der ist grad herkommen Herkommen Der ist stark Sagst du nicht Ja ich weiß nicht ob du weiter bist Waaah da ist der Nächste Waaah da ist der Nächste Ander Short ander Short Der Sting und Arme Boah Junge Kleine Ecke steht da Oh Leute Nice Steht noch ne Ecke Oh Leute Steht noch ne Ecke Ich hab die Ich gucklocken nicht gucklocken Habt ihr die Bombe? Ne Ich hab die Bombe Lass den AFK sein Ne ist er nicht 1 0 Nice Nice Mann ey Ich freu mich Wenn ich erfolgreich Wenn er hat geraden darf M4 A1 So Jetzt geht Ja Farmer Junge Mal schauen ob es jetzt Ich wette die kommen jetzt B aber Äh Darf mal schauen wir nochmal lang gehen Als ob ihr schon wieder rein Und immer ein bisschen kurz Glaubst du es weh? Ne Warte ich hör mal kurz auf Steps Ja Doch Steps Tunnel Ja das ist der Bot Nice Junge Achso Und der hat die Bombe Okay Ja kann jemand mit dem Ja ich guck mit dem Achso Okay Da ist einer der läuft Short Hä rum laufen die Short Ne kann auch noch Schöner ist noch mit dem Achtung Achtung Einer mitte Einer mitte Habe ich fast Wie der Wie der chillt Ey Bitte Sorte Schöner Genau Ich krieg den nicht Weil ich halt mit Awe einmal daneben schießen Und Schöner nicht mit Aka Nice Wo ist der Last Ohne? Bei der Short Short Jetzt ist er tot Ähm Will jemand Gleich eine AWP? Ja ich Äh Wer ist dich? Enkel Ja Oh So nahm sie da Ich verwirr Nö Enkel Enkel Ah Ich hab da halt einen schönen überrascht Doch immer auf das 2 gewinnen gefällt mir Kannst ich da sehen Ja Doch ist es nicht rum Es wird Es wird A Ah Der macht wieder Rage Schöner Oh lol LOL Einer push mit der Was ist der Boss? Push mit Schrot Lol what? Der könnte übernommen sein Keine Ahnung der hatte eine Schrot Weiß nicht ob A ist keiner mehr Ich deck mal Short Ich deck mal Short Wow Da war noch einer Alles Das sind die Boss Nice Waren die Ase halt oder wie? Dort Okay Lang Durch Lang kommt einer 2 Ich sag's halt nicht Eine low Komm zu dir Diffuse 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 Ja das Ich musste da campen damit die das halt nicht sehen Nämlich ich genau das machen kann was ich gemacht hab Deswegen bist du gestorben Das tut mir ein bisschen leid ehrlich gesagt Eigentlich nicht aber Äh Von Idiots So Er hätte aufhören sollen zu Diffuse und mich killen sollen Aber ist okay Schauen wir uns mal dem sein Profil an Oh der ist rang 5 Oho Jungen Jungen Rang 5 Wer kriegt Mitte? Komm einfach wieder lang Jetzt sieht sie ja nach dem Enkelchen aus Ich hab ein Auge Und eine Brand Ja eben Ich hab Ja eben ich hab eine Brand Ja Ah Mann ey Was ist denn das? Oh Ist der noch? Weg da Zwei Leute Ah Lang Ich hab so einen Timeluck Alter 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 ich hab den Boot getötet Machen wir mal Da ist noch einer Fuck boy Ist doch geil da irgendwie Ich bin der schon 50 Was geht ab? Also ich schieß wie der letzte Wie oft ihr nach hinten So auf der Seite So auf der Seite Jungen Ja ist so Hast du mich so hingelegt grad Hast du mich so hingelegt grad Ich hab grad gelernt Und LOL Du bechillst Ah ein Faust mit so Oh Was? Die Hex Ich trabe ihn einfach noch Wo ist der? Oh ne Ich steh Da ist im Jungle Jungle Boys Danke Wurscht Danke Wurscht Loll Ey Du mach Alter oh lol Boah Der war grad grad bei mir sowas von Er bricht jetzt doch ab Nee der hat schon vorher äh Boah krass ich hab ein Scar skin bekommen Ich bin mal nicht letzter Ich bin mal nicht letzter Du bist sogar dritter ey Danke fürs Carrying Wow Voll gecarriert Ich hab ja auch Hyping Schau eh Hyping Hyping Seht ihr dann in der nächsten Runde Bis dahin Tschüss Bis dahin Bis dahin Bis dahin